so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute schauen wir uns die wii unite von gao one wie gesagt eine richtig fette batterie für 17 oder 60 euro ich habe euch mal den shop verlinkt gekauft wurde die bei tosh pyro hier haben wir noch ein paar laden 25 schuss hd kaliber 25 mm sieht man ja hier wie unglaublich fett das teil ist hier ja sonst noch haben wir auch natürlich noch gegen dem hier unten 350 gramm das ding ist wirklich richtig schwer finde ich so mit einer hand zu halten dann wird es schon ein bisschen kritisch hier haben wir noch die effekt beschreibung pro kart schweif auf die prächtigen dichten weidenbukets und hier noch dann zu goldenen weidenbukets und hier blinker habt ihr ja sicherlich schon mal gesehen dürft ihr auch der ein oder andere kennen ja würde ich sagen leute sind wir uns jetzt draußen zu dem fettenteil we unite und ich freue mich unnormal auf das teil let's go es ist mir schon wieder viel zu ruhig hier deshalb gibt jetzt die we unite und gao nach schwecken jungs oh mein gott hab so bock drück 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 was ein teil so geil jungs was mis leggeräusch und also der